Hey Leute, ich bin's Conny und heute spiele ich absolut das erste Mal Krunker! Krunker Munker, was wollte ich sagen? Ja, ist mein erstes Mal. Heute mit dabei ist diesmal Dilan Dusk. Und für alle, die ihn noch nicht kennen, Dilan Dusk ist ein absoluter Krunker-Profi. Er ist in der Weltrangliste auf Platz 1 und er wird mir heute beibringen, wie man Krunker spielt. Äh ja, dann mal los. Ich seh grad, ich habe Skins für Waffen. Aber ich bin doch ein Anfänger, wie kommt denn das? Wo sieht man denn, wie viele KR ich habe? Wie viele hast du? Ich hab 300. Dann kauf dir jetzt Boxen. Los, kauf dir Boxen. Ich kauf mir Boxen, weil der Meister das sagt. Im Shop? Ja. Ich leute Spin? Und warum nicht Heroic Spin? Warum spare ich nicht dafür? Nein, du sparst dafür nicht. Okay, ich spar dafür nicht. Drei Boxen gekauft. Ja! Ja! Legendary! Ja! Siehst du, hat sich doch gelohnt. Ich werde nie wieder eine Box öffnen, weil das kann mir nur noch kaputt gemacht werden. Weißt du, mein Stuhl hat mich grad elektroshockt und dann hat meine Kopfhörer so ein Geräusch gemacht. Das heißt, ich bin jetzt auf ewig mit meinem PC verbunden. Ich drück jetzt Click to Play, okay? Ja. Oh mein Gott! Hier bin ich. Okay, Meister, wie spielt man dieses Spiel? Wo bist du? Ich bin hinterm roten Haus. Ich möchte ganz kurz klären, du weißt, ich habe Ahnung, denn ich habe einen Bart und lange Haare. Ah! Ja. Okay. Das macht mich zu einem Meister. Okay, bist du bereit zu lernen? Hey, du kannst gar nicht Slide Hoppen. Achso, 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 ja, das muss ich noch lernen. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, wie, was macht man jetzt in diesem Spiel? Okay, also, du musst Slide Hoppen lernen. Ah ja, okay, wie macht man das? Du springst und Slide ist. Okay. Nein, aber du sollst dich dabei fortbewegen. Nach weh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, ich verstehe nicht, wie das geht. Und wenn du das länger übst, kannst du das auch richtig schnell. Üb das mal ganz kurz. Drei Stunden später. Oh mein Gott, Meister, ich kann's! Ja, siehst du? Ja! Ist doch gut, ne? Okay, danke, Meister. Okay, was muss man in diesem Spiel noch so alles können? So, das nächste, was du lernst, ähm, ich weiß nicht, ob es mit der Sniper geht, aber du kannst dich zum Beispiel mit der Shotgun nach oben boosten. Oh mein Gott, das geht nicht mit der Sniper. Oh, schade. Aber so cool. Und wenn du dann zum Beispiel slidest, schau mich an, hier, dann kannst du den machen. Oh mein Gott! Und dann kannst du richtig krass von oben den Gegner zerbomben. Ja, warte, ich zeig dir jetzt, wie man jemanden tötet, okay? Okay. Also, du musst halt meistens auf den Kopf zielen am besten. Ja. Und dann drückst du die linke Maustaste. Okay, probier das mal aus. Okay. Super! Ja! So tötest du jemanden. Mach das mal mit mir. Okay, warte, wo bist du? Ich bin am LKW. Ich komme. Siehst du, ich komme geslidet. Oh mein Gott! Mhm. Sieh, so sieht das von der anderen Seite aus. Ein Sob! Ja, voll krass, ne? Ich hab dieses Spiel noch nie verstanden, aber jetzt verstehe ich's endlich. Ja. Und jetzt machen wir ein 1 gegen 1. Und ich würde sagen, der Verlierer, der muss heute Abend die Wäsche waschen. Oh nee. Ja. Hast du das gewusst mit dem Slide-Toppen? Nein! Nein, ne? Ich dachte, man muss immer so sprinten, aber die Sprint-Taste funktioniert gar nicht. Ja! Ja! Die Sprint-Taste funktioniert nicht. Der Gewinner ist der Beste, okay? Der Beste für immer. Hallo, hallo! Bleib auf Abstand! Abo! Ich sagte Abstand! Weißt du eigentlich, Michael, voll oft, wenn ich in der öffentlichen Lobby bin und mit der Shotgun spiele, schreiben die Leute immer, there is a kid with a shotgun. Die hassen mich wohl, die beleidigen mich immer. Aber andere Spieler mobben mich, weil ich Shotgun spiele. Mobbst du mich auch, weil ich Shotgun spiele? Yeah, there is a kid with a shotgun. Wo bist du? Ah, da bist du. Hallo! Hallo! Weißt du, ich bin dir hinterhergerannt und dann hab ich dich verloren. Je weniger Reibung du hast, desto schneller bist du. Aha, und? Das juckt? Ja, also. Mach weniger Reibung. Weniger Reibung. Mach jetzt weniger Reibung. Äh, aber ich kann mich nicht aufs Leiden konzentrieren und auf dich suchen. Doch, das geht. Du musst mich nur finden. Hallo! Uh, off. Ich schieße immer daneben. Wieso kannst du noch? Hä, als ob man so schnell nachlädt. Ne, das war nicht nachlädt, das war einfach danach schießen. Man hat drei Schüsse. Achso. Mhm. Okay, reicht jetzt. Stimmt, du bist ja der Meister, ne? Ich bin der Meister, ja. Okay. Ich bin dein Sensei. Das heißt, ich muss geowned werden von meinem Sensei. Ja. Außerdem, ich bin der mit dem Bart an den langen Haaren, okay? Run! Hör auf! Meine Maus hing beim ersten Schuss an der Tastatur fest. Ah, okay. Es tut mir leid. Es war ein Versehen, dass du mich gekillt. Der, der zweite Schuss, der war, äh, so, siehst du, war so, ah! Ich weiß nicht, wie lange dauern hier diese Runden? Drei Minuten, glaube ich. Stabil. Ich hab daneben geschossen, weil der Meister zu schnell für mich ist. Hm, ich bin wie der Wind. Siehst du meinen Spinjitsu? Spinjitsu. Oh, shit. Hä? Wo bist du hingegangen? Tja, ich bin rotated. Oh, shit. Und ich bin von hinten gekommen. Krass. Hm. Du bist auch rotated. Ich hab deine Rotation gesehen, weißt du? Oh mein Gott, der hackt doch. Ich hacke nicht. Ich hab gar kein Gefühl für dieses Spiel. Wie, wie macht man dieses Hoppen? Ich bleib ständig hängen dabei. Du musst halt noch lernen, mein Padawan. Padawan. Aber ich mache dich zu einem Pro, genau wie ich. Und dann wirst du auch in den Kommentaren die ganze Zeit beleidigt, weil du das Spiel nicht kannst. Ja. Ich werde gar nicht beleidigt. Ich werde auch nie beleidigt. Doch, du Pisser. Er ist wirklich dort? Was? Ich gucke da hin und denke mir, nein, der kommt immer von Garage und dann kommt der nicht. Vielleicht solltest du auch mit der Shotgun spielen. Warum? Ist doch voll ausgeglichen. Ich hab gewonnen. Ha. Nein. Naja. Okay, du hast gewonnen. Damit muss ich für immer bis zum Ende meines Lebens deine Wäsche waschen. Mhm. Zum Glück ist das hier nur ein Paralleluniversum. Ich werde die Aufnahmen gleich, äh, Luis, aus dem anderen Paralleluniversum wieder teilen. Nein. Nein, das tust du nicht. Damit er das Video schneiden kann und hochladen kann in seinem Paralleluniversum. Ach so. Gut. Ah, genau. Der Graf. Leute, der Graf. Abonnieren. Liken. Tschüss. 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 Das war's und ciao. Okay. Geil, wir haben aufgenommen. Wir haben aufgenommen.